guten tag liebe leute wir sind wieder da mit rocket leech heute mit dabei mit zwei special gäst der bonsai und der kritz so für den special guest gut na ja wir sind die ip so weit sind wir schon gekommen unsere laut bekannten laren luca der neo und heute mal mit dabei auch der jonas und der rené der sich wahrscheinlich nachher wieder verabschiedet wie immer hallo und natürlich gehorst ich und wir spielen heute ein vier gegen vier also für chaos vor liebe leute ich freue mich auf nah und zwar von rocket labs und rumble auf zehn minuten das wird früher geben ja aber mächtig und ja und bei drei klicken wir alle auf auto damit wir ausführlichen wir starten 1 2 und 3 kann ich ja noch gar nicht nicht das ist bei dem vor ich stehe in meiner altbekannten position jungs ja ich habe den überblick jetzt schon verloren die hallo wer hat mich da weggetreten ich habe ein rei ich habe kein magneten mehr ich konnte nicht bremsen das war nicht witzig wer hat mich da zerstört ist das ist nicht wahr ist sowas geht ja wohl war ja alles klar hat voll was gemacht erstmal ein weg ich kann ja schon gar nicht mehr ich hatte den buch ist richtig schön eingedrückt kommt habe ich auch so ein halbwerk gelassen mit dem ziel bringen das ziel also nicht ich habe mich selbst ein bisschen leise gemacht hier damit ich nicht so viel rumschreie werden ich habe den baum genau ich habe den balkon getroffen vorum und hungrig zu holen Mimimimi Oh Ball Die geht viel zu viel ab Ja ich weiß auch schon nicht mal welches Auto meins ist Warte das könnte so stich jetzt so viel läuft Ja Oh Gott Oh mein Gott Das passt nicht ganz Nein die wird rüber gesprungen, oh Gott So, ah nicht ganz Nice Oh Komm und schnapp sie dir Rocketball Wir sind hier nicht betrunken Rocketball Au Au Wie viel Lack kann er mit haben Nein Lachen Nicht doch Nein, nein Doch, nein Boah Sorry Ich werde nicht sagen, aber das ist ein bisschen Ich wiederhole, ich wiederhole, der Ball hängt da Hallo Mein Tor Oh 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 Ich dachte du willst, tschau Nein Warte Warte, den schnapp ich mir Komm und schnapp sie dir Ja Ich hoffe, ich erwische jetzt den einzelnen Nein, 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 nein Nein, nein, nein Das war alles auf sich nicht Das war alles auf sich nicht Der dicke rote Der dicke rote, der ist hier irgendwo Oh Ich möchte nicht mit so einer Unfähigkeit in deinem Team spielen müssen Ich habe es geahnt Ich habe es geahnt Nein Oh Gott Oh Gott Das war eng Da konnte ich ihm nichts machen Mach rein das Ding Komm mit Jawohl Schön Schön Ausgetrickst Ja Oh Nein Oh Nein Das ist gerade hier alles andere als professionell Oh tschüss Nein Der sagt dann, dass wir professionell sind Es geht doch nicht nur so Aber Wir tauchen mal bei den Plätzen Oder ist das schon Au, ziemlich Anfängerei Autsch, Autsch Autsch Etwas will ich hier, warte Ja Los Rein damit's Rein damit's Ja Nein Doch Nein Immer wenn ich Spikes und 100 Boost habe, ne Ihr wollt mich doch eigentlich flachsen, kann das sein Aber nein Du kriegst ja diesen behinderten Ball nicht, weil du hier überall rumtrittst Du bist Huiiii Komm ich halt alle Haare nicht vorbei, spring ich über sie Ja, das wird doch einfach machen, soll gut aus Oh sorry Spring ich halt über dich Ich hab Spikes Das wird nack Och kommt Leute, das ist doch nicht hier wahr Doch Doch Nein Wir hätten da mir vorbei Aua Ach Ich hab kein Bock mehr auf Spikes Uaaaaa Ich treff ihn noch Ich treff ihn noch Ich treff ihn noch Oh, falsche Richtung Scheiße Falsche Richtung, mein lieber Bonsai Oh Ey, wir haben Ey, das ist unfair Oh, gut Nass? Nein Am Ende landen zwei von Team Blond So, tschau Hoch Ich hab kein Boost für gar nichts Eieieieiei Also du hast hier keinen Überblick mehr Bei Kamera ist voll für nichts, leider Los rein damit, rein damit, rein damit, rein damit Nein Nein Vergiss es, Jonas Oh, die Schwierer Oh, die Schwierer Oh, die Schwierer Oh, die Schwierer Oh, die Autos fliegen aber ganz schön tief Der hat mich am Boden stehen Autos fliegen ganz schön tief heute hier Nein Ich beobachte das ganze mal vor hinten Nein Jawoll Aua Aua Oh, ich Fast schon Oh, die advanced Tschau Mann Ho, ha, ha, ha Oh, knappe Kiste. Wie so oft bei dir. Ja. Tschüss. Aua. Akzeptiere ich nicht. Alter. Oh nein. Akzeptiere ich. Tschüss. Ja, danke. Aua. Los, mach rein das Ding. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott. Alter, Luka. Oh Gott, Alter. Ich bin da mal wieder unterwegs. Es gibt einen guten Schuss von dir. Danke, wer auch immer. Mann, ich hatte ihn erwischt. Das kann ich über den Bärmeer noch direkt hinter den Ball gefordert. Auch rein damit, rein damit. Nee, 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 Freundchen. Honza, ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Ich mich auch. Du kannst was. Hui. Aua. War das eine gute Idee, den Ball zu freezen? Ja. Nein. Ich habe umsonst die Steine. Also ich glaube daran noch, sieben Tore in einer Minute zu machen. Ist doch kein Problem. Ja, mach mal. Ja. Wenn ich das schaffe, kriege ich ein Eis. Ach, du kriegst auch zwei. Wie gesagt, meine Eigentore sind. Geil, zwei sogar. Bei einem Tore, genau. Aua. Bei deinem Tore mach ich. Wisst ihr? Ich habe keinen Bock mehr auf meine Mates. Wisst ihr was? Es fahren hier eh alle gegeneinander. Jetzt fahre ich auch gegen alle. Jetzt heißt sie hier. Das ist dein Tore, du Arschloch. Ich habe mich gemobbt. Da kommt eine Vorlage. Ja. Reicht doch. Mehr gibt es nicht. Und wehe, einer ernährt sich jetzt im Ball. Oh, tut mir leid. So wie die anderen fünf Leute? Ja. Uah. Au. Aua. Was ist das denn? Oh, wo geht denn im Ball hin? Hast du gar keine Lust, deine Fähigkeiten einzusetzen? Ey, das ist euer Ernst. Au. Achso. Wieso sage ich eigentlich auch? Warte, lass mal. Meins. Nein. Fahr ab, fahr, fahr. Nein. Hoffen. Wer ist der dicke Rote da? Das bin ich. Warte ab. Krieg dich noch. Los, mach rein das Ding. Hoch das Ding. Ja. Wollte ich machen das Ding. Nein, halte Richtung. Erster Tod. Oh Gott. Ey, wir hoffen, ich bin zu viel. Nein, hier habe ich weiß. Gewinner, Team 2. Ach, du hattest Spikes? Yeah. Freut mich. Ich hatte fünf Mal Spikes und habe dabei fünf Tore kassiert. In dem Moment. Aber ich habe einen Schleerung bekommen. Das war Runde 1. Runde 1, Runde 2, Runde 2. Boah, sieben Schüsse, zwei Tore, mein. Oh, Laren. Nicht die Map. Welche Map ist das? Ach, die Map. Doch, die Kappe. Ah, Laren ist bei uns. Sehr schön. Das kann nur gut werden. Ich komme auch von hinten rein. Ih, du Perkel. Jawoll. Luca, jetzt fängst du an, mir die Bälle zu klauen, oder was? Ich weiß nicht. Tut mir leid, aber ich wurde gepostet. Ja, folgt ein von mir leider. Danke. Drei auf einem Haufen. Der nächste gilt dann für Laren. So. Aua. Entschuldigung. Ja, tritt mir doch. Aua. Leute, die Karte ist neu. Falscht. Okay, jetzt nicht mehr, aber. Ach, heute ist die Brauchwagen. Oh Gott. Hui. Ich bin nochmal weg, ne? Au. Nächste? Nein. Ja. Ja. Nein. Das ist ja schlimm. Du kriegst dafür keine Vorlage. Ach, echt? Die Ballführung. Wie darfst du da den Ball nicht verloren? Den hat sie richtig fest genagelt, deswegen hat sie den Vorlage. Hat sich eben reingeschoben, ne? Dann sind sie wieder meine zweideutigen Lieblinge. Na, einer muss es ja machen, ne? Du musst beim Anschluss nicht losfahren, Laren. Nein, das wäre Quatsch. Vorsicht. Merk schon. Ich komme mal wieder von hinten. Meins, Luca. Och Mann. Nein. Ach du, was hat Neo auch. Ich treff den Scheiß nicht. Entschuldige. Und sei, ich treff den Ball nicht. Ich treff das Tor nicht. Na gut, den Ball auch. Trifft, trifft du auch was? Na los. Jungs, lass doch einfach mal den Ball in Ruhe. Ich hab Spikes. Nein. Ich hab Spikes. Ich hab Spikes, ne? Wenn ich jetzt wieder ein Tor kassiere, ne? Aua. Jetzt reicht's mir. Und tschüss. Spikes haben wir lange gehalten. Ja. Aber wenigstens erst mal angewendet. Scheiß drauf auf Eigentor. Kommt. Nix da. Aua. Oh, da lang. Sehr schön. Ey. Oh. Danke, Horst. War eine bessere Position. Ich werde zum Tor geboostet. Meins. Nein. Nein. Aua. Falsche Richtung, Monsai. Ja, ich kann doch nichts dafür. Horst. Ja. Ja, ich hatte Boost. Oh Gott, Vorsicht. Ja, ja. Jetzt kommen hier die Ausreden. Na ey, wer Boostet mich denn da weg? Oh, sorry. Aua. Das war meins. Sorry. Ich dachte, ich hab den Haken, aber er hatte den Pümpel. Entschuldigung. Da hat sich der Bonsai auf einmal in Jonas verwandelt. Ah, ist klar. Beide Hunde. Ist klar. Wow. Das war die gleiche Idee, wa? Alter, das wird's wertschön. Das ist die rote, ne? Das wäre ja schön. Nee, nee, Mann. Die war eine schwierige Vorlage von mir. Wie? Ich nehme die Ball, ne? Ich hoffe, dass man sowas bekommt. So. Nicht mit dem Pinken. Nicht mit dem Commander. Aua. Oh, egal. Oh, komm mal. Aua. So. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Boah. Fass. Alter. Ey, Junge. Danke. Ey, ich treff dieses Dempultor nicht. Egal, wie breit es ist. Oh, meins. Das Tor läuft vor uns immer weg. Es verschiebt sich heimlich. Das sieht so, oh Gott, der Ball kommt, dann geh ich wieder. Alter. Ja. Sinn. Easy going. Ich spiel für's blaue Team. Ja, 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 ist das Leben schön. Ach. Jonas spielt erst mal gegen uns. Ja, das ist aus Versehen. Ja, 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 ja. In Rumble ist das nicht so leicht zu kontrollieren. Das ist allgemein nicht bei acht Leuten so gut zu kontrollieren. Quatsch, das ist ein Gerücht. Wie kommst du da drauf? Doch, ich weiß nicht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, guckt euch das mehr mal an. Ne, meins. Also, Rhyllin ist hier schon mal gar nicht drin. Aua. Oh, ich hab hier im Boost. Jetzt, jetzt. Nein. Oh, sorry. Hoppla. Ach, sorry. Hey, Auro. Eigentlich ist mal ein Sorry. Ey, das ist... So. Ey, selbst das klappt nicht. Ah, sorry. Wenn das nicht klappt, dann musst du Leute mit deinen eigenen Waffen schlagen. Ey, fast. Tuck mal an. Ey. Nix da. Ha, wow. Oh, ich bin. Oh, jetzt reicht's mir mit euch. Nein. Mal her, ihr Ball. Du kannst ihm nix berühren. Au. Alter. Nein. Alter. Komm mit, komm. 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 Nein. Komm. Schön. Weiß nicht, die Leine war zu kurz. Weiß mal, aber warum hat jetzt René die Bandentors bekommen? Keine Ahnung. Das ist einfach... Nein, Horst. Scheiß, ich wette es mit euch, ich hatte in dieser Runde noch und ich hatte einen regulären Ballkontakt und das ist mein Tor. Jawoll. Kritz hat dir geholfen, alles gut. Wenn du gemeckerst, dann macht's das Tor. Wie immer. Da war so viel Frust hinterher. Unglaublich. Einer musste dir da irgendwie helfen. War so viel Frust? Ja. Da möchte ich nie wissen, wie du abspritzen bist. Wie viel Zeit. Das kam jetzt aus seinen Mund. Das war auch nicht besser. Und wir kassieren. Hau, Luca. Ich glaubst du lieber weg, René? Ach, schade. Und tschüss. Ohohohoho. Ein Schmieddung. Ohohoho. Au. Nö, nicht mit. Au. Doch, das hab ich auch mal vor. Das war Fukushima-mäßig. Das war Fukushima-mäßig. Ja. 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 Höne Haltungsnote. Danke. Dafür hab ich lange geübt. Hä? Oh. Au. Au. Okay. Das dürfen wir auch nochmal machen, ne? Nö. Nix da. Alter. Ja. Ah. Das ist kein Rocket League, das ist Rocket Gebumse. Das ist einfach nur das reinste Chaos. Rocket Crash. Nö. 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 Alain. Nö. Nö. Töten, Junge. Nö. Nö. bis der Ball kommt. Oh, tschau. Oh, toll, jetzt fahr ich einmal durchs Tor, ist der Ball wieder auf der anderen Seite. Oh, sorry. Luca, von hinten kostet Hundesteuer. Nein! Ja! Nein! Gag! Verdammte Wichsgurke. Hast du was gegen Go? Da ist grad wer rausgegangen. Ja, ich muss auch. Ja, na denne. Schade, jetzt habe ich keinen mehr, den ich mobben kann. Danke, danke. Such dir Horst. Oh, tschüss. Spielverderber. Oh, tschüss. Tschüss. Ach gut, alle. So, natürlich auch sehr schön, mitten im Spiel. Äh, äh, aua. Nein, nein, nein. Entschuldigung. Ach, nein. Jux, ist das euer Ernst? Hab Spikes. Oh, Leute. Ich guck mir das mal von hier an. Ey, guck mal der Ball weg. Nein, falsche Richtung. Wo ist der dicke Blaue? Er ist hier. Komm her. Oh, tschüss. Jetzt wurde ich mit wem geboren. Wuiiii. Mensch, freikartiges Karussell hier. Wunder mal. Los rein, das Ding. Nächster, nächster. Boah, Gott. Brauchen nicht in meiner Stadt. Das war meine Schuld. Da lang. Ach, das warst du nicht schuld. Das ist einfach Pech. Nein. Da lang. Nö. Hier. Da lang. Ey. Ey. Alter. Oh, fuck. Er hat Spikes im Verfehlen. Super. Ich hab Spikes. Ja. Und jetzt rein damit... Nein. Nein. Jungs, das kann doch nicht sein, dass du die Kack hier verfehle. Nö. Oh, Gott. Los, rein das Ding. Na los, mach, 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 Laren, mach. Och, Gott. Er wollte doch mal zurückgehen. Laren, ein Meter Entfernung. Ein Meter Entfernung. Er wäre links vorbei gegangen. Alter. Alter. Ich muss nur, dass Luca noch die Faust hat. Ja, 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 ja. Ach, das brauchst du. Die Ghetto-Faust. Eine Faust geht nach Westen, oder wie? Wosten. Wosten. Patrick, du bist gefeuert. Warte, warte, lass mal, lass mal, lass mal. Komm Spike. Au, au, aua, aua. Das ist eine antike Suppenkelle. Einmal. Hier, komm her. Nein, nein, komm. Ach, scheiße. Ja, ja, komm, komm. Oh, komm, komm, komm. Oh, fahr doch nicht in mich rein. Was macht der denn? Das ist eine antike Suppenkelle. Fünf Dollar. Fünf Dollar. Ich hab aber nur sieben. Mein Ball. Scheiße. Faustgottes, Junge. Tot. Au. Wo bist du, dicker Blauer? Tot. Tot. Au. Ich bin weder dick noch... Ne, doch blau bin ich. Ich weiß überhaupt nicht. Warte, warte, warte. Dahin. Oh Gott. Ja. Nein. Jetzt, jetzt, jetzt. Dankeschön, dass du dich verwandelt hast. Das ist doch... Horst. Wollst du dich umleben? Star oder so? Ja. Ja. Aber René war es. Da gab's nur mal einen Tritt. Ich glaube, jetzt können wir uns ein bisschen ruhiger angehen, als wir haben die Zehn. Ne. Na, es wird ja langweilig. Ey, ihr könnt einfach euer Controller hinlegen und nix tun. Ja, selbst dann spiel ich noch besser. Hier. Nein. Oh. Oh, fuck it. Ja, wenn der Prisky vor ist, geht der nicht weg, ne? Ich weiß. Deshalb bleib ich ja da runter spät. Alter. Na, guck mal, wer da ist am Ball. Du, Junge, dich der Vichy. Ne. Boah. Mega geil. Mega. Das war schwarzer Humor. So. Die ist so und nicht anders. Das ist aber ne schle... Das ist mal ne schlechte Torfahrwärter, die so Hassbonsai. Ja, immer. Egal, was er macht. Ich weiß nicht, wie ich auf meine Torfahrwärter gekommen bin, mit 4 Tore über 3 Schüsse. Alter, was ist da los, Luca? Oh, was denn? Au. Au. Der bleibt hier. Ähm, nein. Nein, ich hab ihn verloren. Und tschüss. Au. Und tschüss. Was? Boah, ist so windig hier. Ich hab mich auf dich gesetzt. Nein. Sehr nett, danke. Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Wir waren einfach sehr nett von dir. Nein, das ist meine Schuld. Nein. Das ist das knapp siebte Tor, was auf meine Kappe geht. Ja. Das ist aber nett von dir. Ja. Also ich werde auf jeden Fall, ich kann Teuro vorbereiten. Es geht nur in die andere Richtung. Aua. Ja. So, jetzt habe ich Spikes, Junge. Jetzt werde ich die nutzen. Wo ist rein das Ding? Ich habe Spikes. Dankeschön. Ich bin mit Spikes hinterher gefahren. Du darfst das nicht sagen, Ebo. Merkst du nicht? Sobald es heißt, du hast Spikes, ist Ende. Das habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich bin seit fast 10 Minuten. 10 Minuten. Ich habe schon wieder keinen Schluss bekommen. Ja, aber du lernst nicht daraus. Du musst das heimlich machen. Junge, selbst wenn ich das heimlich mache. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er hat sich leicht angepisst an. Mach was du aus. Nein, nein. Ich habe noch nicht gegessen ordentlich. Es ist alles in Ordnung. Oh, geh mal her. Rainer, ist die los? Ähm. Was kannst du auch eigentlich nicht? Ich hatte auch knapp. Ja, da hing noch ein anderer mit dran. Ja, ich? Er hat sich eingehackt. Nein, ich hatte nicht, Luca. Ich werde mit einem Schuh getreten. Oh, hier ist eine Wand. Wo ist der Ball? Achter. Aua. Falsche Richtung. Nein, richtige Richtung. Also mein Motz bei einem 3 zu 13, falsche Richtung. Da, für euch. Nein. Boah. Hätte ich auch mal reingehen können. Au. No. Och. Sehr schön. Wer war das, Alter? Ich schwöre euch eigentlich vor was. Ich weiß nicht, auf einmal hat er Gas gegeben. Ja. 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 Jawoll. Dankeschön. Ich habe noch eine Ghetto vorgestellt. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich habe keine Lust mehr. Wenn du gläubig bist, geh in die Kirche. Ding Dong. Fünf Toren an dritter Stelle. Ich glaube. Fünf Toren an dritter Stelle. Weißt du, was ich unfair finde? Na? Was ist das Game? Sag mal. Das ganze Spiel ist unfair. Ja. Ich fände preis in dieses Game. Haut her. Nö. Warum sind mehr Blaue an meinem Tor? Nein! Vielleicht weil wir einer mehr waren? Echt? Ja. Jonas ist doch raus. Ich dachte, das wäre bei denen gewesen. Nein. Jonas war bei euch. Das war's für heute. Guten Morgen. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs dabei sein. Dass wir dabei sein durften. Das hören und hören. Genau. Und auf jeden Fall. Hinterlasst einen Kommentar unter diesem Video. Schaut bei dem Kanal. Ja, ja, ja. Ich weiß vorbei. Und vielleicht auch beim Screenshot hier bei uns. Wie heißt euer Kanal überhaupt? Schreibt einen Kommentar. Darunter lasst einen Daumen nach oben. Achso, okay. Genau. Bei dem ein Abo da lassen. Maul. So. Abmoderation zu Ende. Ich sag tschüss. Bis dahin. Ciao. Ciao. Rum. Tja. Tja. Gem 팬 hat sein. Passt lesen. Tja.